so damit müssten wir zurück sein jetzt genau und ich hoffe mal man kann alles den wo jemand sieht das spiel jetzt nicht das wäre furchtbar doch glück gehabt habe ich nämlich nicht überprüft aber man sieht blödes nasen links obwohl der nase ganz nützlich ist okay wir waren stehen geblieben mitten in der schlacht ein harter cut ich weiß aber so ist es nun mal so hier vorne kommt da dürfte aber gar nicht so viel schaffen so bildes menschen wieder helles licht ja gut die bräuchte auch noch mal ausrüsten die sind schon so gut wie tot so eine balliste ja so ein zwei ballisten wären schon gar nicht schlecht und dann schaue ich mal ob ich diese geheim mission bomb bomb ob ich die hinkriege oder ob ich die nicht hinbekomme das werden wir dann gleich sehen ob es mir möglich sein wird habe ich nicht hier irgendwo mal welche lang geschickt ja das ist das problem die sägewerke was willst machen ah nee hier sind die ich kann ihn nicht wirklich ausrüsten aber ich probiere es so armbrust schützen dann darüber was hat es hier war hier jetzt aber viele gegner das ist böse das ist böse da baue ich am liebsten gleich noch ein turm renns die haben nämlich ein katapult so balliste die macht das schon irgendwie so das kann man ausbauen da haben wir noch ein turm gebaut du musst zurück ja 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 aber der der überlebt das schon der schmelz es müsste eigentlich ausweichen ne 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 ja nicht gegen den troll nein 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 böse 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 steinwall naja die machen es trotzdem immer lang die sterben da auch so puh 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 das schaut sehr böse aus er hat halt wirklich katapulte ne ach so weit kann der schießen ach du große güte wie unfair das ist ja so unfair ja gut da kann ich jetzt nichts gegen machen na los na los das wäre so perfekt und rums das ist halt doof wenn die den turm hier zerstören aber da kann ich jetzt nichts machen so bombe ich will das immer noch mit der bombe probieren hab nur leider das gefühl das wird nichts ja da drüben war ich auch mal lass doch mal meine türmchens in ruhe leiden sollen sie ja ich glaub mit den katapulten hab ich ein problem vor allem weil er jetzt feuer ja jetzt jetzt kommen die katapulte durch ich glaub nicht dass ich da durchkomme ne ich glaub da komm ich nicht durch ja das ist toll bringt mir aber nichts wenn hier alles zerstört wird wo ist denn die bombe da ist sie oh oh ja der baumeister ist tot noch ist die bombe da noch ist die bombe da also wenn ich es schaffe die bombe hier zu platzieren das wär super jetzt hab ich keine baumeister mehr ne das war's ich hab's versucht aber keine chance gegen zwei ohne held ich komm halt nicht über 480 raus das ist einfach nix da geht da nix ne was will man da groß versuchen keine chance ja bitte das war jetzt keine gute runde ne aber ich hab ja gesagt ich wird vermutlich erst irgendwie ja irgendwie festungen einnehmen müssen anders tut sich da nix und das wird der schlangenzunge jetzt übernehmen ja mit dem renne ich nach oben hol mir das da dann krieg ich auch die bonus gasthauseinheit in jeder schlacht die dürfte auch sehr hilfreich sein was haben wir hier ich versuche das jetzt einfach mal so zu halten keine ahnung ach du große güte haha ok kurz mal abspeichern jetzt bin ich mal gespannt wie das läuft ich probiere jetzt erstmal hier das das Minas Tirith einzunehmen wenn man Festungen hat kann man viel leichter die gegnerischen Armeen zermürben das ist viel einfacher da müssen wir dann mal gucken ja so da hat's irgendwo Orks ja die Wahrheit so ungefähr wir werden sie brechen so na mal sehen haha gg tschüss das das war ein bisschen arg einfach oder was ist das oh gott wir hampelten der rum wow waren das Lanzenträger oh 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 nicht gut nicht gut nicht gut das war dämlich das war teuer und dämlich aber gut sind die ausgerüstet sieht so aus ich bin mir nicht sicher aber es sieht so aus na wie doof ich bin hier um zu dienen ja diene mal hilf mir mal hier den ganzen Kram zu gewinnen hier den ganzen Kram zu gewinnen so mach da mal dein Gift Zeugs drauf müsste der jetzt nicht irgendwie vergiftet sein oder so hm ist es natürlich doof dass er jetzt die Festung gebaut hat die bringt man nicht viele ich weiß was das beste ist ja hier entlang zögert nicht na der wird doch gegen eine Level 2 Eomer kämpfen können oder ja schafft er ach ich hab da eine Balliste nice das ist gut ich finde das cool wie ihr genau auf diesen Plätzen baut so perfekt das ist echt cool ob sie dafür eine spezielle KI programmiert haben könnte sein naja wir werden es sehen stimmt gegen Einheiten ist die Balliste nicht schlecht na na Schmelzofen zerstört ja komm da renzt jetzt hinterher Ruhe schießt Bewege uns so hier bauen wir weiter hier bauen wir weiter ja ja aber das gewinnen wir doch oder na also hu hu so gg das gewinnen wir hm hm so schön kaputt machen hier das Zeugs der ist jetzt plötzlich unverwundbar hier geht nicht viel hier die Balliste hat's wohl zerbröselt gut kommt vor das werden wir machen ja ja lasst oh oh baumeister ich wollte grad sagen ja lasst sie ruhig ist egal aber nope ja ja da hat's ein Baumeister die Weisheit deiner Worte so jetzt sehen wir alles weil wir cool sind coole Leute sehen alles aus unerfindlichen Gründen auch kann ich jetzt eigentlich die Dunländer hier reinrufen ich glaub hier gibt's keinen Ort wo es geht ne wird verhindert dann halt außen so na da oben ist gefährlich das sammelt ihn ein naja bumm tsch so aber wie viel Geld macht denn jetzt so ein Schmelzofen na 47 statt 14 boom da wird er ja fast zu nem Vorposten das ist nice das ist echt stark das ist echt gut ja komm jetzt gib auf was will er da noch groß probieren das will er da noch groß probieren so ach guck ein Brunnen baut er auch Stallungen und Zeugs baut er auch ich frag mich nur woher er das Geld nehmen will aber der baut so richtig KI mäßig so Brunnen bum 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 da 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 ist echt echt cool so und hier hat's ah es hat zwei Vorposten ich dachte immer es hätte zwei zwei Gasthäuser aber zwei Vorposten ist nützlich für mindestens Tiere das ist dann gar nicht so schlecht weil ich ja immer gesagt habe mir ist hier ja aber es geht zwei Leuchtfeuer hier müsste noch eins sein theoretisch ja zwei Leuchtfeuer zwei Vorposten unser Zeugs oh das ist nicht schlecht gar nicht mal so schlecht die sind überall Hilfe nein Hilfe ja ja sie sind ganz ganz böse gewesen hä hat der ein Katapult der hat der ein Katapult ich kotze ab was soll das denn denn Katapult unglaublich aber ich spame den jetzt einfach nur noch mit Urux zu und dann hat sich das eigentlich nicht so der Wächter hilft mir jetzt natürlich nicht viel Pechkrabd so bauen wir hier noch ein bisschen da kann man noch bauen ja Geld kriegt man hier schon ordentlich ne vor allem wenn man hier so eine Schmelze hat die ist jetzt Stufe 2 und macht 51 glaube ich ja das ist ordentlich R.C.P. und ich treffe nicht ein einzigen Hotkey davon das ist schlecht aber wir haben gewonnen yeah yes damit haben wir eine Festung erobert und das Freunde der Sonne ist äußerst gut das ist wirklich gut hätte ich jetzt so überhaupt gar nicht gedacht hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den Daumen rauf Button habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge lasst es mich in den Kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren um kein Video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag macht's gut das ist ein Video mehr zu verpassen Untertitelung des ZDF, 2020